Im ersten Quartal 2018 haben wir gute Fortschritte bei der Umsetzung unserer Strategie gemacht. Auch operativ haben wir uns trotz herausfordernder Marktbedingungen gut geschlagen. Wir konnten die bereinigten Erträge im ersten Quartal gegenüber dem Vorjahr leicht verbessern und unser Konzernergebnis auf 250 Millionen Euro steigern. Nicht zuletzt, da wir für das Jahr 2018 die Ausschüttung einer Dividende anstreben, haben wir im ersten Quartal 5 Cent je Aktie abgegrenzt. Dennoch liegt unsere harte Kernkapitalquote mit 13,3 Prozent über allen regulatorischen Anforderungen und hat im ersten Quartal weiteres Kreditwachstum ermöglicht. Wir haben im ersten Quartal weiter Kunden gewonnen und sind auf gutem Weg, unsere Wachstumsziele für 2018 zu erreichen. Bei Privatkunden wollen wir Ende 2018 die Marke von einer Million netto Neukunden knacken. Denn mehr Kunden heißt mehr Assets und mit mehr Assets legen wir die Grundlage für eine nachhaltige Profitabilität. Mit Privat- und Unternehmerkunden haben wir die bereinigten Erträge um 44 Millionen Euro gegenüber dem Vorjahr gesteigert. Vor allem dank unseres starken Kreditgeschäfts. Auch bei Firmenkunden konnten wir trotz eines wettbewerbsintensiven Umfelds unser Kreditvolumen weiter erhöhen. Und wir haben mit dem digitalen Betriebsmittelkredit und dem digitalen Kundenonboarding unser Digitalangebot für Firmenkunden deutlich ausgebaut. Unser Ausblick für das Gesamtjahr 2018 bleibt unverändert. Wir konzentrieren uns weiter auf Wachstum und die Umsetzung unserer Strategie. Wir werden unsere Kosten konsequent steuern, um so die Investitionen für Digitalisierung und stetig steigende regulatorische Abgaben auszugleichen. Gleichzeitig wollen wir die bereinigten Erträge in unseren Segmenten Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden weiter steigern. Wir sind die Per拒 classes im Drogenkunden und die LW haben Kredit всего immer gelehrt. Wir sind die Per拒 あります. Wir sind wieder zu einem Tremkunden. Vielen Dank.